Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Sehr Erstmal, und zwar, heute gibt es wie versprochen aus dem Spiel gegen Wall Master X, was ich leider verloren habe, 2 zu 1. Deswegen löse ich jetzt meine Wettschulden ein und ich verlose 2 random Steam Keys, für Steam natürlich. Was ihr dafür tun müsst, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da, warum ihr genau das Spiel haben wollt, besser gesagt den random Steam Key haben wollt. Liked das Video und ganz wichtig, schreibt in den Kommentar euren Insta-Namen, euren Twitch-Namen, euren Facebook-Namen, was weiß ich, wo ich euch halt kontaktieren kann. Nur eine wichtige Bitte, schreibt jetzt nicht eure Telefonnummer oder so rein, das wäre mir jetzt ganz, ganz wichtig, aber Spaß beiseite. Und zwar, ich würde noch eine Sache sagen, Glückwunsch an Mon Maastricht für den Sieg und schaut gerne bei ihm vorbei, er hat es sich wirklich verdient und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann Leute, ciao, ciao.